So, schönen guten Morgen. Grüß euch, ich bin der Faxe, der Autorreist war. Ich habe den härtesten Job der Welt, ich bin Schulbusfahrer. Das Wichtigste ist, der geheime Tipp für Schulbusfahrer ist, du musst die Kinder immer motivieren, zum Schulgehen mit der. Wie macht man das? Ganz einfach. Ein bisschen Mucke herauf. Elegant. Mucke herauf. Und dann natürlich den Kindern gute Worte zu sprechen, wie das immer am Morgen machen. So, einen schönen guten Morgen an die Schüler. Ich wünsche euch einen schönen Schultag, passt gut auf. Und wir beginnen den Schultag mit einem dreifahrenden Lauten. Ticke zacke, ticke zacke! Hoi hoi hoi! Ticke zacke, ticke zacke! Hoi hoi hoi! Ticke zacke, ticke zacke! Hoi hoi hoi! Ein schöner Schultag hoch. Ressig!